In diesem Video geht es heute um Bewegungsaufgaben, und zwar um Bewegungsaufgaben vom Typ 2. Bewegungsaufgaben vom Typ 2 werden dadurch gekennzeichnet, dass Weg 1 und Weg 2 gemeinsam die Gesamtstrecke ergeben. Wie schon beim Typ 1 müssen wir uns zuerst wieder die Bedingungen ansehen. In diesem Fall fahren die Fahrzeuge in die entgegengesetzte Richtung. Sie fahren wieder mit konstanter Geschwindigkeit. Wie bei Typ 1 herrschen wieder idealisierte Bedingungen, nur dieses Mal setzt sich die Gesamtstrecke aus Weg 1 und Weg 2 zusammen. Ein Läufer läuft um 7 Uhr mit einer Geschwindigkeit von 10 km pro Stunde von Ort A in den 15 km entfernten Ort B. Um 7.30 Uhr fährt ein Radfahrer mit einer Geschwindigkeit von 15 km pro Stunde von Ort B nach Ort A. Wann treffen sich die beiden? Wie weit von Ort A sind sie beim Treffen entfernt? Das Ganze versuchen wir nun zu berechnen. Wie schon beim Typ A fassen wir die Informationen aus dem Text in einer Tabelle zusammen. Der Läufer ist mit einer Geschwindigkeit von 10 km pro Stunde unterwegs. Bis zum Treffpunkt ist er eine uns noch unbekannte Zeitdauer unterwegs. Daher ist er die Zeit t unterwegs, eine Variable. Für den Weg verwenden wir wieder die Formel Weg ist gleich Geschwindigkeit mal Zeit, also 10 mal t. Der Radfahrer ist mit einer Geschwindigkeit von 15 km pro Stunde unterwegs. Nachdem der Radfahrer eine halbe Stunde nach dem Läufer startet, ist auch in diesem Fall wieder die Zeit t minus 0,5 für die halbe Stunde. Und der Weg ist wieder die Geschwindigkeit mal der Zeit. In den Bedingungen für Bewegungsaufgaben vom Typ 2 haben wir festgelegt, dass bei diesen Aufgaben Weg 1 addiert mit Weg 2 die Gesamtstrecke ergibt. Die Gesamtstrecke ist in diesem Fall 15 km, also die Entfernung von Ort A nach Ort B. Das Ganze schreiben wir uns nun als Gleichung auf. Weg 1 ist 10 t plus 15 t minus 7,5 ist 15 km. 10 t plus 15 t minus 7,5 ist 15. Dann haben wir 25 t ist gleich. Wir addieren die 7,5 auf der rechten Seite, 22,5. Zu guter Letzt dividieren wir jetzt noch durch 25 und erhalten für t 0,9. Wenn wir nun wissen wollen, wie weit von Ort A entfernt sich die beiden treffen, müssen wir nun noch in den Weg Weg 10 mal t, das wäre der Weg, anstatt t die 0,9 einsetzen, also die Dauer bis sie sich treffen. S ist gleich 10 mal 0,9. S ist gleich 9. Sie treffen sich also 9 km vom Ort A entfernt. Wie schon bei den Bewegungsaufgaben vom Typ 1 möchte ich das Ganze nun auch noch grafisch lösen versuchen. Wir wissen nun, dass der Läufer um 7 Uhr mit einer Geschwindigkeit von 10 km pro Stunde startet. Er ist also um 8 Uhr 10 km gelaufen. Das Ganze verbinden wir. Das gleiche machen wir nun auch noch für den Fahrradfahrer. Der Fahrradfahrer startet um 7.30 Uhr. Er startet allerdings nicht wie der Läufer bei 0 km, sondern er ist ja schon im Endort, im Ort B. Er startet also bei 15 und fährt quasi in unserem Diagramm zurück. Wir wissen also, um 7.30 Uhr startet er bei 15 km und bewegt sich in einer Stunde 15 km. Er ist also um 8.30 Uhr bei Kilometer 0 und wäre somit im Ort A. Das Ganze können wir wieder verbinden und wir erhalten nun einen Schnittpunkt. Der Schnittpunkt liegt ziemlich genau bei 0,9 Stunden und bei 8 km. Die grafische Lösung bestätigt also nun unseren gerechneten Weg. Diesen Hefteintrag schreibst du bitte wieder wie immer in dein Schulübungsheft. Die Begleitaufgaben findest du in der Videobeschreibung oder auf meinem Blog mathematik.rocks und ich freue mich schon auf die nächste Mathematikstunde mit dir.